Ich bin glücklich, auch. Ich wünsche, dass du nicht so schlecht hättest, aber es ist alles vorbei, hon. Ist nicht wahr? Just about. Ich liebe dich, so zu sehen. Ich liebe dich, ich liebe dich. Clementine muss das nicht tun, gell? Ich liebe dich so viel, Tess. Du magst Clementine viel, aber sie ist nicht Lizzie, aber sie ist süß. Sie ist süß. Sie würde sie nicht helfen, zu fliegen. Das ist doch nicht mehr normal. Was ist das, weißt du? Oh, wow. Best aiming. Bring ich den jetzt um, oder was? Das Clementine, ich muss den nicht umbringen. Ich muss den nicht umbringen. Er wird nur ohnmächtig. Schau, dass er ohnmächtig wird. Schau, dass er ohnmächtig wird. Das war's. Nur ohnmächtig. Chill, 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 chill. Ich drücke schnau, hey. Ich drücke schnau, hey. Holy shit. Holy shit. Ich drücke schnau, hey. Ich drücke schnau. Es ist okay. Ich... Ich... Ihr arm ist weg. Warum? Das ist so schrecklich. Ich... Ich hatte einen accident. Wir sprechen über ihn, wenn wir sicher sind. Du schnaust nicht gut. Ja, ich weiß. Hat er dich schnau? Nein. Nicht wirklich. Ich bin sorry, Lee. Kleem, es ist okay. Wir müssen dich irgendwo sicher sein. Und dann müssen wir sprechen, okay? Ja. Ja, dann müssen wir sprechen. Alles ist okay jetzt. Wir müssen herausfinden, wie wir aus der Savanna rauskommen, so schnell wie wir können. Lass die Waffe hier. Schmeiß sie weg. Lass die Waffe hier. Du kannst... Das Clementine... Wird die... Okay, ist egal. Nee, never mind. Das bringt auch nichts. Hey. Du hast mich schnauert. Holy shit. Ja, genau richtig. Everything is dangerous. Like you said. It's okay. You learn. Holy shit, man. Okay, jetzt... Ähm... Wir gehen jetzt raus. Ich werde Zombie. Und Clementine fängt neu an mit Omid und Christa. Sounds like a plan to me. Lass sie. Oh, ich werde schon Zombie. Er greift mich nicht an. Ich werde schon Zombie. Hey, shit. It... It didn't bite you. Yeah. I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. I had to get through a bunch of them to get here. That's how we'll get out of Savannah. Wäh, man. Aber du hast recht. Nee, da wird jetzt die Eingeweide um... An sich hinkleben. Um dann... Oh, no. Are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you serious? Bin ich jetzt... Bin ich ein Zombie oder hat es bloß, weil ich nur so gestunken habe? Funktioniert das? Funktioniert das? Ein bisschen mehr. Ich will mich sicher sein. Und ich habe mich über das gefreut, sie wiederzusehen. Ich dachte, sie war weg. Ich dachte, du war weg. Danke. Oh, süß. Süßes kleines Mädchen. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic. I'll keep you safe. Ich panic jetzt bald. Nimm mal das Messer noch mit. Gewitter oder was? Fängt an zu regnen und dann wäscht es alles runter. Das kann man... Ich bin ernst, Mann. Was hat der Typ eigentlich jetzt gewollt von mir? Der wollte mir... Nee, Mann. Das ist eigentlich mit Lilly. Und was? Und ich will nicht kennen sie. Ich will keinen Stress, gerne nicht pöbeln. Entschuldigung. Nicht, dass du an den Kumpels holst oder ein bisschen... Hey, kurz warten. Da haben wir jemanden über die Straße. Hi. Ist das Kenny, oder? Ihre Eltern, oder? Oh, ihre Eltern. Das Game lässt auch nichts aus. Das Game lässt nichts aus. Nichts aus. Das kann noch mal ein bisschen... Shit. Das kann noch mal ein bisschen chillen. Was soll das? Das bin ich toll wieder, oder was? Das ist Clementine, aber den Eltern... Nee. 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 Haben wir es jetzt irgendwann mal bald fertig? Lee, wachst du dich. Bitte, nicht sterben. Bitte, nein. Hi, Clementine. Wie geht's? Lee. Ich war so schade. Ich... Ich dachte, du hast mich verlassen. Wie hat sie das geschafft? Wie hat sie das geschafft? Wo bin ich? Wo bin ich? Wie hat sie das gemacht? Das ist ein gutes Ding. Komm her, I know. Komm her, Sreefie. Sie sind tot. Sie sind wirklich. Ich bin tot. Wir müssen hier rauskommen, so schnell wie wir können. Wir können nicht. Es gibt Tausende von ihnen außen. Wir müssen. Ich werde dich beschützen. Nein, nein. Das ist verrückt. Ich habe dich geschehen. Wir sind sicher hier. Wir sind sicher. Ich kann nicht. Es ist nicht schlimm. Ich bin sicher. Ich habe es nur ein bisschen öffnen. Ich habe es gefunden, wenn ich sie gefunden. Ich habe es geschlossen. Ich habe es umgekehrt. Ente mich verklemmt. Ich habe es nicht. Es ist viel zu sein. Ich habe es nur ein bisschen öffnen. Ich habe es Mutta. Wenn ich jetzt Zombie und Töte Clementine... Nee, nee. Wenn ich jetzt Zombie und Töte Clementine... WTF?! Ich muss mich umbringen irgendwie. Keine Ahnung. Ich muss mich umbringen. Ich muss meinen Kopf gegen die Wand hauen, bis er weg ist. Keine Ahnung. Was weiß ich? Hi. Ich... Ich denke, da könnte ich eine Weg raus. Ja. Hey, jetzt steht ein Security Officer. Mädchen, lass uns gehen. Ich könnte ein bisschen langer sein. Ich werde dir helfen. Wenn mir das passiert, dann hasse ich das Game so sehr. Ja, ich auch nicht. Ja, richtig. Okay. Okay. Gut, gutes Mittel, gutes Mittel. Nee, ich will nicht, dass ich... Hör endlich auf, Game. Hör auf, okay? Ruhig. Jetzt chillen wir eine Runde und dann, äh... ...wird alles gut oder so. Oh... Get up, Lee. See? The door is right here.